Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Eifelt. Dieser Hotspot in der Nikolaikirche in Eifelt war ein ganz besonderer Gottesdienst. Zum Motto Frieden waren Schüler der Sprintklassen der berufsbildenden Schulen Eifelt und ihre Lehrer eingeladen. Sprint ist ein Projekt, in dem junge Flüchtlinge Deutsch lernen und in die regionale Lebenswelt eingeführt werden. Schnell war der Kontakt hergestellt, als sich bei der Begrüßungsschlange alle per Handschlag willkommen hießen. Duingen. Es sei der letzte Jahresempfang des Flecken Duingen in der jetzigen Konstellation, sagte Bürgermeister Klaus Krumfus bei seiner Begrüßung vor den 70 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und den Vereinen hinsichtlich der Fusion mit Gronau. Sie hatten sich versammelt, um auf das vergangene Jahr zurück und den kommenden Entwicklungen im laufenden Jahr entgegenzublicken. Es sei ein bewegtes und bewegendes Jahr gewesen, so Krumfus. Er sei froh, dass die Fusion mit Gronau so hervorragend geklappt habe. Elze. Über ein Jahr wurde daran gewerkelt, jetzt ist es amtlich. Die Mitglieder des Elzer Stadtrats haben die Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben. Initiator Wolfgang Thiesemann, SPD, begründete während der Sitzung am Donnerstag noch einmal ausführlich die Hintergründe. Er findet es ungerecht und unsozial, dass manche Eigentümer zur Kasse gebeten würden, Anliege an Bundesstraßen oder an Straßen, bei denen Fördertöpfe greifen, aber nicht. Gronau. Über 40 Aussteller luden im Rahmen des Frühlingsmarktes in die Innenstadt ein. Für jeden Geschmack war etwas dabei. Es gab reichlich Informationsmaterial über die unterschiedlichsten Dinge und die Geschäfte der Innenstadt luden zum Stöbern ein. Im Rahmen einer Wette schaffte es der Förderverein der Grundschule Gronau dann zur Freude aller auch noch, bis 14 Uhr Fahrzeuge mit den Baujahren von 1963 bis 2016 in die Stadt zu schaffen. Das Einzige, was durchaus hätte besser sein können, war das Wetter. Darauf haben wir keinen Einfluss, lächelte Organisator Abo Popinga, der mit dem 9. Frühlingsmarkt trotz des wechselhaften Wetters zufrieden war. Nordstemmen. Mit 18 Kandidaten geht die SPD Nordstemmen in den Wahlkampf. Jede Altersstufe ist vertreten, ein Drittel der Kandidaten sind Frauen. Das Team hat jetzt im Rahmen einer Klausurtagung erste Eckpfeiler für das Wahlprogramm gesetzt. Ein zentrales Anliegen dabei, die Schaffung von neuem Wohnraum. Und zum Schluss der Sport im Neinebergland. Hildesheim. Klaus Allofs hat bei seinem Besuch in Hildesheim mehr Punkte gesammelt als die Bundesliga-Mannschaft der Wölfe in den vergangenen Wochen. Sympathie-Punkte. Und das nicht nur, weil er den Regionalkickern des VfV 06 Hildesheim ein Freundschaftsspiel in Aussicht gestellt hat, sondern generell wegen seines souveränen und herzlichen Auftretens vor Präsidium, Trainer und Mannschaft sowie den Sponsoren. Moderator der Nachspielzeit war Achim Beikhoff, der dem Präsidium des VfV 06 Hildesheim angehört. Trainer Jürgen Stoffregen, der sportliche Leiter Michael Hesse sowie Kapitän Omar Fami äußerten sich im Sporttalk zur Gesamtsituation in der Regionalliga. Die Mannschaft sei stabil genug, die letzten sechs Spiele positiv zu gestalten, so der VfV 06 Coach, der davon ausgeht, dass er am 21. Mai um 16.50 Uhr den Klassenerhalt feiern wird. Duingen. Beim Glaspokal-Meeting des Wasburg-Grünplan im Heilenbad Duingen ging 30 Aktive des Duinger SC an den Start. Bei insgesamt 126 Einzelstarts konnten 93 Podestplätze und viele persönliche Bestleistungen erzielt werden. Der Glaspokal für die punktbeste Mannschaft ging auch in diesem Jahr an die SSG-Leine Bergland, vertreten durch den Post-SV Eiffelt und den Duinger SC, vor dem SV Nienhagen 1928 und dem WSV Bennigsen. Und wenn Sie noch einen Moment dranbleiben, sehen Sie die aktuelle Stellenanzeige. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.